kann man auch nicht zu lang oder wenn es ein paar feinde hier entpacken können hätte mal was zu tun gehabt was ist da das ist nur eine karawane die lang zieht man ich will es da irgendwo rein hier vorne sind freundliche person am ende irgendwelche krähen oder so aber hier ist ganz gut also das könnte da rein ja sind wir jetzt schon in new vegas und finden den eingang nicht da können wir nirgends wo rein da ist noch dabei da sehe ich eine rnk fahne wehen was haben wir hier können das haus da rein gehen es hat zumindest eine tür es hat zwar nicht viel zu heißen ostzisterne im kurzen blick wagen was geht hier werkzeugkosten extrem kaputtes terminal luka cola brauchen wir nicht können wir trinken auja wir werden dadurch nicht verstrahlt dann nehmen wir noch mal zwei schlück davon sehr schön wissen wir schon mal wo werden notfalls was trinken können das ist also das wasserwerk und da ist auch noch eine tür schon auch da mal rein ich weiß ich will die ganze zeit nach new vegas und halte mich damit so faxen hier auf aber hier sind zwei stangen zigaretten trend die wir sicherlich irgendwann mal verkaufen können pumpstation werfen wir noch mal einen blick rein dann schauen wir lieber mal hier was hier so rum liegt pumpstation terminal aktenschränke das wäre sogar diebstahl hier ist doch keiner da gehen wir erstmal das terminal irgendein datenausfall hat den das nutzerinterface unlesig gemacht der schaden scheint ansonsten nicht sehr weitreichend zu sein da die pumpstation noch läuft wissenschaft von mindestens 50 erforderlich und die reparatur vorzunehmen ja aber doch zack sie haben jetzt verbindungen der pumpstation wieder hergestellt warnung warnung das bildungssystem hat strahlung entdeckt keine lecks in in dieser einrichtung gefunden untersuchen sie bitte externe ursache um dieses problem zu lösen da haben wir sogar eine quest gekriegt ja dann gehen wir gleich mal gucken ob wir irgendwas finden haben hier rumliegen kartoffelchips und so haben wir hier brille klemmbritter gar nichts sehen tut mir leid kein fehler gefunden was haben wir hier pinien kerner spinnte sind leer schauen wir haben auch gerade mal aufgaben dazu sollen wir auf jeden fall erstmal raus sollen wir dahinter gehen hier hinter soll mir irgendwo wie weit ist das mal auf die karte schauen geht eigentlich die quest schließt mich ab wenn das nicht so weit weg ist können wir das schnell tun das ist nicht so weit weg ich hoffe nur wir müssen jetzt nicht auf den berg da hoch aber das sieht stark danach aus ich werde auf jeden fall erst mal andere kniffte nehmen und zwar wieder unseren guten alten cowboy repetiere wir haben auch direkt mal raus dann gehen wir mal hier hoch das ist irgendwie so voll die sendung mit haben aus musik oder so peter lustig du 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 ok wir sollen auf jeden fall hier hoch wo die ganzen gegner sind boone ist auch im weg denkt unten so ein bisschen fest jetzt kommt er da oben leuchtet etwas grünes gold geko da habe ich doch hier voll die grün leuchtenden fässer gesehen wochen oder kaum geht er hoch daher kein wunder höhle betreten ich will ich da rein ja da sollen wir auch rein komm die quest machen wir jetzt noch und dann ist für heute für die heutige aufnahmesession erstmal gut dann rotzen wir uns hier mal durch die höhle wo ist brun in der face alter wenn wir unten heftig verstrahlt ach so nur in der nähe von diesem gecko ok schrote karawanenschrotflinte sie haben sich eine strahlenkrankheit zugezogen naja wo sollen wir denn hin dahinter ganz kurz auf die karte gucken wo sollen wir hin sag bloß wir sollen hier gar nicht rein um die quest zu lösen da hinten komme ich nicht oder ging es da hinten noch irgendwo lang dass wir gerade in die falsche richtung laufen hier geht es auch irgendwo lang aber nicht dahin wo wir wo ich hin soll naja wir haben ja red away dabei ich nehme auch gerade mal gegenstand wie viel haben wir denn dabei acht stück so und ein stimpel nämlich auch gerade mal wenn wir hier da sind das haben wir gleich ghula viele ghula die repatierschrotflinte genau das das kam noch mehr vor uns bewohner War das meine Volt hier oder was? Dann schießt noch. Ich hör sie zwar, ich sehe aber keinen. Hier geht es nicht so weiter. Buhn und so sind da, sehr schön. Hier hinter soll man nämlich auch. Aber das ist ja leer. Wo sollen wir denn hin? Kurz wieder auf die Karte schauen. Darunter sollen wir. Nur wie komme ich da hin? Ich stelle mal hier noch den Erste-Hilfe-Kasten. Da ist aufbereitetes Wasser drin. Wir müssen irgendwie dahinter kommen. Was habt ihr denn dabei? Oh, Munition. Ich such die gar nicht. Ach nein, ich bin überladen. So, nehmen wir dann Radaway. Kauen so ein Leguan am Stiel. Halbpulver noch. So, fertig ist. Bleirohr? Ne, brauchen wir nicht. Ah, hier runter. So, macht mal hier zwei. Wer hat denn der Nahm gezündert? Ah, nein, nicht mit Buhn sprechend. Ja, zum Glück haben sie nur Munition dabei und sind nicht bewaffnet. Bin schon wieder überlastet. Ja, Waffen. Haben wir denn irgendeinen Schrott dabei? Weg, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Mit wem legt ihr euch denn hier oben schon wieder an? Wir müssen auf jeden Fall hier hinten irgendwo lang. Oh, da sind ja welche drin. Na, kommt ihr da nicht raus? Tür, kein Zugang. Ja, kann ich auch nicht öffnen. Okay, äh, schauen wir mal hier hinten. Irgendwie entfernen wir uns gerade davon. Scrollen wir ein bisschen raus. Ja, ja. Darunter soll man... Nein, gehen wir mal da hinten lang. Ja, macht mal nix. Okay, was hast du dabei? 10 Millimeter Patronen. Ab Platz Buhn. Wieder auf die Karte gucken. Wir sollen hier hinten weiter. Ah, nein, das muss ich nachladen. Wie geht's hier? Ganz gut. Das ist krank. Schlaflosigkeit, na super. Hier hinter sollen wir doch, oder? Wer soll denn hier vor? Eddie und so sind da in der Nähe. Hab ich auch hier rein, oder? Ich raffe die Karte da gerade überhaupt nicht. Sie können nicht schlafen, wenn sie Strahlung ausgesetzt sind. Okay, dann nehmen wir gerade nochmal... Ach, Quatsch. Ach, nehmen wir nochmal ein bisschen Rat Away. Ich will hier mich eigentlich noch gar nicht hinlegen, gell? Wir haben noch Kautaback dabei. Koyote, Kautaback, Kautaback. So, sie leiden nicht länger und der Schlafanzug. Sehr schön. Ähm, und nehmen wir noch einen Rat Away. Und einen Rat Axe. Ja, Wegboon. Was haben wir da? Shellbond, Vicnex, H-Klammern. Shopping vom Wochenendkrieger oder sowas. Geil. Ja, ich weiß aber, er öffnen spinnt. Brauchen wir nichts von. Äh, Daten. Dahinter sollen wir. Ach, wir sollen hier rein. Tür zum Quartier ist auf, so erst mal Volt 34. Benötigt nen Schlüssel. Wo bekomme ich denn jetzt den scheiß Schlüssel her? Oh, nö. Ähm. Ja, 10 mm Pistole brauchen wir nicht. 10 mm Maschinenpistole brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Schlüssel. Wahrscheinlich läuft er hier irgendwo als Mutant rum. Ah, hier hinten ist so ein Spind. Äh, ein Spind, sag ich. Äh, ein... Ein Safe. Jetzt schauen wir da den Schlüssel drin. Ah, shit. Naja, genug Hakel, wenn haben wir. Also in die Richtung schon mal gar nicht. Red Axe, Red Away, Stamp Packs. Das ist schon mal sehr nett, dass ihr hier so viel Zeug reingepackt habt. Business Kleidung, Volt 34, Overall. Nee. In dem Spind waren wir schon dran. Boah, ich bin gerade erschrocken, diese... ...Zombie-gestörten. Ja, kommt mal her. Ja. Da, da. Kann der rechts noch nicht mehr stewards. Auch macht Dachau. Die flossen. In dem Spind auch immer so viel Zeug des Zerápens der 60 mm